Der iranische Präsident Ebrahim Raisi ist tot. Wegen schlechter Wetterbedingungen stürzt er sein Hubschrauber ab. Spanien vor der Europawahl. Veranstaltung der VOX zieht Rechtspopulisten aus der ganzen Welt an. Der iranische Präsident Ebrahim Raisi ist bei einem Hubschrauberabsturz in den Bergen im Nordwesten des Landes ums Leben gekommen. Auch der Außenminister und andere Beamte kamen bei dem Vorfall, der sich am frühen Montag ereignete, ums Leben. Irans staatliche Medien nannten schlechte Wetterbedingungen als Absturzursache. Der Hubschrauber stürzte ab, als Präsident Raisi auf dem Weg zu einer Raffinerie in Tebris war, nachdem er zusammen mit dem Präsidenten des Nachbarlandes Aserbaidschan, Ilyam Aliyev, einen Staudamm eingeweiht hatte. Der Unfall fällt in eine Zeit, in der die Lage im Nahen Osten durch den Krieg zwischen Israel und der Hamas instabil ist. Auch der Iran hat erst im vergangenen Monat einen beispiellosen Drohnen- und Raketeneingriff auf Israel gestartet. Die Präsidenten Russlands, Chinas und der Türkei gehörten zu den ersten internationalen Politikern, die ihr Beileid bekundeten. Worms starb, die ihr All-Zieter Wertzen behertet hat, die ihr Beileid bekundet. Worms starb, der Erste, die erhaltende Grenzen zu verbreiten, die Erhaltende gerechtigung und beherren unabhängig ist. Worms starb, die Erhaltende, der Erhaltende 필요 ist, als Präsidentл structures poitstellende Eid Al-Torzurs, hat den Putin eine 1-Werhung vorbeienz, die Erhaltende Beierer, die erhaltende Eid Al-GBarren, Auch die EU bekundete über den Präsidenten des Europäischen Rates, Charles Michel, ihrem Beileid. Im Iran versammelten sich Menschen auf der Straße, um den Tod Rahissis zu betrauern, während andere Iraner in aller Welt die Berichte zum Absturz begrüßten. Der erste Vizepräsident Mohamed Mohber wurde zum amtierenden Präsidenten des Landes ernannt. Der Iran hat eine fünftägige Staatstrauer ausgerufen. Bei einem israelischen Luftangriff sind im Zentrum des Gazastreifens 20 Menschen getötet worden, hauptsächlich Frauen und Kinder. Auch am Sonntag tobten im Norden des Gazastreifens heftige Kämpfe, während sich die israelischen Parteien darüber streiten, wie der Gazastreifen nach dem Krieg verwaltet werden soll. Militärsprecher Flottillenadmiral Daniel Hagari gab bekannt, dass die vierte Leiche einer israelischen Geisel geborgen wurde. Auch dieses Opfer wurde nach seiner Aussage von Hamas-Kämpfern beim Nova Musikfestival getötet und die Leiche nach Gaza verbracht. Am Samstag versammelten sich wieder mehrere tausend Menschen in Tel Aviv und forderten den Rücktritt von Ministerpräsident Netanjahu und Neuwahlen. Netanjahu's wichtigster innenpolitischer Gegenspieler, Ex-Verteidigungsminister Benny Gans, drohte, sich aus dem Kriegskabinett zurückzuziehen, wenn bis zum 8. Juni kein Plan ausgearbeitet wird, wie der Gazastreifen nach dem Krieg verwaltet werden soll. Der Zustand des slovakischen Ministerpräsidenten Robert Fizzo ist nach wie vor ernst, aber das Schlimmste sei vorüber, erklärte Verteidigungsminister Robert Kalinak. Ich glaube, dass das Schlimmste, was wir überrascht haben, ist, dass wir uns vor dem Zeitpunkt verabschieden, dass wir uns vor dem Zeitpunkt verabschieden, aber das Schlimmste ist sehr wichtig. Und deshalb wird das Schlimmste in der Zeitpunkt verabschieden, dass wir uns vor allem für die Zeitpunkt verabschieden, die wir noch einmal sehr vielen Dank haben. Fizzo wurde am Freitag zwei Stunden lang operiert, um abgestorbenes Gewebe aus seinen Schussfunkten zu entfernen. Sein Zustand ist immer noch nicht stabil genug, um ihn in ein Krankenhaus in der Hauptstadt Bratislava zu verlegen. Gegen den Mann, der des Attentats auf Fizzo beschuldigt wird, wurde am Samstag Untersuchungshaft angeordnet, nachdem die Staatsanwaltschaft erklärt hatte, sie befürchte, er könne fliehen oder andere Verbrechen begehen, wenn er freigelassen würde. Der Verdächtige kann gegen die Anordnung noch Beschwerde einlegen. Polen investiert rund 2,3 Milliarden Euro in die Stärkung seiner Grenzanlagen zu Russland und dessen Verbündeten Weißrussland. Dies gab Ministerpräsident Donald Tusk bekannt. Tusk sagte, die Arbeiten am Schild-East-Projekt, zu dem auch der Bau geeigneter militärischer Befestigungen gehört, hätten bereits begonnen. Tusk wählte für seine Ankündigung einen Truppenappell aus Anlass des 80. Jahrestages des Alliierten Siegs in der Schlacht von Monte Cassino gegen die Nazis im Zweiten Weltkrieg. An der Schlacht war auch das Zweite Korps der polnischen Exilarmee beteiligt. Polen liegt an der Ostflanke der NATO und der Europäischen Union und Tusk betonte, dass Polen eine zusätzliche Verantwortung für die Sicherheit Europas trage. Polens vorherige rechte Regierung errichtete für mehrere hundert Millionen Euro eine Mauer an der Grenze zu Weißrussland, um den massiven Zustrom von Migranten zu stoppen. Drogen, Vergewaltigungen, Messerangriffe. Wiens Problembezirk-Favoriten kommt nicht aus den Schlagzeilen. Hat die Stadt mit der höchsten Lebensqualität der Welt ein Sicherheitsproblem? Ist innen schon was passiert hier? Untertags ist es ja relativ sicher da. Da leben viele Nationen und kann immer wieder was passieren. Aber aufpassen muss man ja auf alle Fälle selber. Da war eine Schlägerei hier. Halbe Stunde und keine Polizei oder nichts gekommen. Hier in Favoriten kontrolliert die Polizei mittlerweile täglich Passanten auf Waffen. So soll die Kriminalität zumindest von der Straße verschwinden. Österreichs Regierung plant außerdem die Strafmündigkeit von 14 Jahre auf 12 Jahre zu senken. Im Gefängnis könnten die Jugendlichen aber noch krimineller werden, warnen viele Experten. Laut den Behörden nehmen in Wien schwere Gewaltdelikte bei Jugendlichen zu. Früher meist unbewaffnet greifen minderjährige Straftäter mittlerweile zu Messer oder sogar Pistolen. Tendenziell haben wir in bestimmten Deliktsbereichen eine Zunahme von Straftaten durch Jugendliche festgestellt. Es handelt sich vor allem um Körperverletzungen, Diebstähle, aber auch Sachbeschädigungen. In diesem Bereich wird natürlich polizeilich jetzt entgegengewirkt, sowohl präventiv als auch in der Arbeit mit den Jugendlichen, nachdem Straftaten passiert sind. Obwohl Österreich beim Weltfriedensindex auf Platz 5 rangiert und damit zu den sichersten Ländern überhaupt zählt, haben die Vorkommnisse im Multikulti-Bezirk Favoriten wohl trotzdem Einfluss auf die anstehende EU-Wahl. Der einwanderungskritischen Partei FPÖ wird ein haushoher Sieg vorhergesagt. Johannes Pleschberger, Euronews, Wien. Spaniens rechtspopulistische Partei VOX hat in Madrid eine Veranstaltung abgehalten, zu der Rechtspopulisten aus der ganzen Welt eingeladen waren. Einige von ihnen, wie der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán und die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, schickten Videobotschaften nach Spanien. Andere waren persönlich da, um vor 11.000 Unterstützer der Partei zu sprechen, wie zum Beispiel die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen. Wir sind in Wiespern von den Entscheidungen, weil das erste Mal das Ergebnis der Europäische Elektionen der Europäische Elektion könnte endlich mit Antinaturalen und Kontraproduzenten enden. Wir müssen sie befinden, 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 sie befinden. Einer der Starrgäste war Argentiniens Präsident Javier Meley. Er befindet sich auf einem dreitägigen Besuch in Spanien. Seine Anwesenheit sei ein moralischer Imperativ, sagte er am Anfang seiner Rede, in der er vor Sozialismus warnte. Unter anderem kritisierte er den spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez, der sich geweigert hatte, ihn zu treffen. Der Vorsitzende der WAX, Santiago Abascal, würdigte die wachsende internationale Unterstützung der rechtspopulistischen Kräfte für seine Partei. Viele Politologen betrachten das Treffen als einen bedeutenden Schritt zur internationalen Konsolidierung der rechtsextremen Ideologie. Linke Gruppen veranstalteten auf der Batterie der Plaza de Colón eine Gegengrundgebung und bezeichneten die WAX als Faschisten. Die Europawahl findet vom 6. bis zum 9. Juni statt. Auf der Donau in Ungarn hat sich am Wochenende ein Schiffsunglück ereignet. Ein Schnellboot war in der Nähe von Veroce mit einem Hotelboot kollidiert, das daraufhin sank. An Bord befanden sich acht Personen, nur eine von ihnen schaffte es ans Ufer. Die Leichen von zwei Personen wurden gefunden. Die Suche nach den übrigen fünf Vermissten dauerte zuletzt noch an. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und in der Nähe von Comarum ein Boot mit verdächtigen Schäden an der Seite abgefangen. Gegen einen unbekannten Täter wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Schiffsverkehrs und der Verursachung des Todes mehrerer Personen eingeleitet. Der ehemalige südafrikanische Präsident Jacob Zuma hat am Wochenende das Wahlprogramm seiner neu gegründeten Partei um Konto Vesiswe als MK-Partei bekannt vorgestellt. Noch ist unklar, ob Zuma bei den Wahlen in weniger als zwei Wochen selbst antreten darf. Zuma hat gegen das Urteil, das ihn wegen seines Strafregisters von der Wahl ausgeschlossen hatte, Berufung eingelegt. Der 82-Jährige wurde 2021 zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt, weil er sich geweigert hatte, vor einem Antikorruptionsausschuss auszusagen.